In diesem Video stelle ich Ihnen Lernkraft vor. Ein System, das Lernvideos rechtzeitig und zu jeder Zeit zur Verfügung stellt. Nehmen wir an, Sie müssen unbedingt etwas fertigstellen. Aber bei gewissen Details fehlt Ihnen das nötige Wissen. War da schon mal eine Schulung zum Thema? Gibt es Dokumentation? Wen kann ich da fragen? Oft kann das Internet nicht helfen, da es entweder einen riesigen Zeitraum der Auswahl an Informationen gibt oder man findet gar nichts. Kurze Lernvideos, die ein spezifisches Thema behandeln, wären schon ein Riesenschritt vorwärts. Noch besser wäre, wenn diese Lernvideos für alle Kollegen zu jeder Zeit verfügbar wären. Genau das ist das Prinzip von Lernkraft. Lernkraft ist eine Web-Anwendung, mit der Ihre Mitarbeiter Lernvideos anschauen und hinzufügen können. Diese Web-Anwendung ist entweder über das Internet oder das Firmen-Internet erreichbar. Zur Web-Anwendung kommt die wichtigste Komponente von Lernkraft, die Lernvideos. Wir können Ihnen Lernvideos zu folgenden Themen entwickeln. Datentechnik mit Excel, Excel, FileMaker und ähnliche Programme. Präsentationen erstellen mit PowerPoint oder Ähnliches. CAD und finite Elemente. Marketing und Branding Grundlagen. Programmierungsgrundlagen in diverse Sprachen wie VBA, Python, PHP oder C. Maschinenbautechnik von Nicht-Technikern. Und Web-Präsentationen mit HTML und CSS. Hier ist eine Demo einer typischen Lernkraftanwendung. Beim Start erhalte ich eine Listenansicht aller Lernvideos. Ich kann jetzt auf einen Eintrag klicken oder per Suchmaschine nach dem gewünschten Lernvideo suchen. Und wenn ich jetzt auf das gewünschte Video klicke, komme ich zur Detailansicht. Hier oben sind Felder, die Informationen zum Video beinhalten. Zum Beispiel Videotitel, Aktualisierungsdatum, Verantwortlicher und so weiter. Im Mittelpunkt ist dann das Video. Aus unserer Erfahrung sind kurze Videos von 2 bis 3 Minuten Dauer effektive Wissensvermittlung. Und unterm Video ist ein Textfeld, das die Schritte im Video erklärt. Selbstverständlich kann das Layout und die Funktionalität der Web-Anwendung an Ihren Bedürfnissen angepasst werden. In Lernkraft kann jeder berechtigter Mitarbeiter neue Videos hinzufügen und die Texte zu bestehenden Videos bearbeiten. Lernkraft ist mehrsprachig. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann die Inhalte in der von ihm im System eingestellten Sprache anschauen. Kommen wir zur letzten Frage, warum überhaupt Lernkraft? Ziel von Lernkraft ist, Mitarbeiterentwicklung mit gezieltem Wissen voranzutreiben. Gegenüber klassischen Schulungen verursacht Lernkraft weniger Kosten, da erstens Lerninhalte nur einmal erstellt werden müssen und zweitens sind weniger Trainingsmaßnahmen und Schulungen notwendig. Mit Lernkraft haben Sie weniger Ausfallzeiten, da Mitarbeiter nicht stundenlang den Arbeitsplatz verlassen müssen, um zu lernen. Sie haben auch mit Lernkraft weniger Wartezeiten, da Ihre Mitarbeiter nicht bis zur nächsten Schulung warten müssen. Lerninhalte werden individuell an Ihre Bedürfnisse erstellt. Just-in-Time heißt, Mitarbeiter können Lerninhalte genau dann abrufen, wenn sie dieses Wissen benötigen. Und Anytime bedeutet, dass Lerninhalte zu jeder Zeit verfügbar sind.